hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft mit dem sexy modi ja da antwortet er nicht drauf nein doch passiert halt weil man meine höhle kommen muss zu dem punkt gehen wo du warst und ganz schnell versuchen das zu looten genau auf jeden fall ist ich weil ich weiß ich weiß genau ich bin auch da weil ich weiß halt nicht wo du warst um im weg meiner ja das passiert halt das ist halt das gefährliche natürlich anhöhlen damit muss jeder mal rechnen zu sterben ich bin auch wie gesagt schon zweimal fast gegen ender typen ich habe jetzt gerade auch schon einen kampf gehabt wo ich gedacht habe oh scheiße das wird riskant das problem ist ich weiß jetzt nicht in welcher höhle ich war da unten und schattet verdammt viel bei mir ja ich guck gerade schon ich sucht gerade alles aber das ist sehr riskant sehr ich weiß es selber nicht ich weiß es gerade ehrlich nicht da ist immer kann jetzt nichts wo ist er denn kann er denn gestorben soll ich hier nicht das ist scheiße wo ich gerade bin aber noch keiner hier das war jetzt echt ich habe deine leiche glaube ich gefunden hier liegt auf jeden fall da ist er ja modi hatte sehr viel mit aber ich kann nichts aufnehmen weil ich selbst so viel habe das ist halt das gefährlich bin auch schon mal drauf und dran war ich habe auch hier schon so viel jetzt zu sagen kommt man läuft lieber kurz wieder nach hause aber das ist ja nicht in der sache ja das weil dann kommt halt wieder so dass das suchtgefühl zu sagen nee nee warte mal wir müssen das aber noch looten und wir müssen das aber noch looten und das noch und das noch ja siehst du meinen namen ich glaube du könntest meinen namen sehen hier hinten war was da kosmowox der kommt immer näher 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 guck da hat der kleine schatz das alles wieder was sie unter mir sind richtig viele ich weiß nicht manche sachen sind auch kaputt gegangen beim explosion oder irgendwas weiß nicht was das war war das nicht aber gleich ich habe mich erledigt noch kurz vorher ach so ok weil da war lava auf einmal beim spawner hm hier dass ich denn hier die ganze zeit geschlagen oder wie gar keiner ist bereits von vapEM genau Neneenene Jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken was hab ich mich noch retten können Ist auch schön Hast du noch so eigentlich gute Sachen? Zacken sind da, Schaufeln sind da Schwarzpulver, zwei Lohren, drei Truhen, hier mal Redstone, alles in der Pferderüstung, äh, Sattel. Hört sich gut an. Das Wichtigste, Essen. Hast du? Das Wichtigste ist, ich hab noch 19 mal Essen dabei, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was denn? Was, du das bei dir oder was? Warum? Hörst du das? Ich hab's gehört, ja. Scheiße, aber was weg sind, sind Fackeln. Echt jetzt? Ja. Äh, achst du. Die ganzen Fackeln sind kaputt gegangen. Warte mal, dann, ähm, komm ich mal. Boah, das waren zwei Creeper, ey. Einer vor mir, einer hinter mir, ey. Boah, mit zwei Herzen, die aus der Sache rausgekommen. Boah. Alter, Vater. Muss ich den Mordi wiederfinden. Boah, heftig, ja. Wört ich richtig... Wört ich immer richtig Schiss, bei Minecraft in die Höhlen zu gehen. Weil man halt halt Schiss hatte, natürlich zu, zu, ja, zu verlieren. Aber jetzt geht das eigentlich. Du sollst immer nur hören, was so in seiner Umgebung so alles passiert. Wenn du plötzlich irgendwie Schritte hörst, ganz schnell. Wert nehmen. Umgeschauen. Irgendwie... Das irgendwie meistern. Ich werde auf jeden Fall... Mal gucken... Also ich bin da, wo ich gestorben bin, meiner. Ja, warte, ich muss mir ein Bild gerne mal suchen. Das muss ich einmal gucken, wo das war. Ach hier. Was brauchst du? Hackeln. Dann hast du Kohle. Kohle habe ich noch, ja. Jede Menge sogar. Ich habe Schmollabstoffen. Baue dir daraus Stücke. So, danke dir. Und wenn ich... Baue... Hast du? Mistvieh. Gut. Diese Schlampe hat mich nämlich schon vorhin auch gekillt. Ja, man muss hier echt aufpassen. Das war knapp. Ich muss hier mehr als nur auf... Hier. Ja. Auf jeden Fall habe ich hier richtig viel Loot, ey. Boah. Warte mal. Scheiß Eimer, kann ich nicht mitwerfen, ey. Pult. Meine... Ich kann schon nichts mehr mitnehmen, ich bin voll, ey. Hierten war, dann glaube ich auch irgendwo noch. Da hinten ist noch ganz viel, ich bin nur voll. Ich habe noch ein paar Slots. Boah. Ich hoffe es gerne in den Schmacht, du wirst mit. Hey, da war noch ein Eimer bei. Ja, den Eimer hab ich weggeworfen Weil Ich konnte nichts mehr mitnehmen Deshalb Manche Sachen, die sind einfach In Übermengen jetzt mittlerweile bei mir Ich denke mal so wie Kies und sowas Das braucht man nicht mitnehmen Ja, das findet man eigentlich auch immer in Genüge Oder in normalen Höhlen Dazu ist es halt Eisen Pole Gold, Diamanten Wenn man Diamanten findet Ja Ich glaube dafür sind wir noch zu hoch Was, was, jetzt Sag bloß nichts Falsches, ey Dafür sind wir noch zu hoch Zu hoch Ich glaube wir sind da noch zu hoch Also ich bin jetzt gerade da wo ganz ganz viel Kohle ist Ja, das ist dann zu hoch Zu hoch, ne Aber wir haben auch schon auf der gleichen Ebene auch schon ein bisschen Gold gefunden jetzt gerade Dann spielt hier auch schon wieder Kohle Nehme ich natürlich gleich wieder mit Dann noch weiter runter Ne, ich glaube ich Oh, 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 Creeper So, du kleines Mistvieh Das ist ein junges Vieh Ja, ja, du musst gar nicht so doof gucken Oh, da hat er wieder Höh? Klar Weit weg aber ich habe den gehört Ich sehe Ich sehe ja, ich sehe ja euren Namen Den sieht man ja auch Boah, das sind richtig viele Da ist Bö, 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 bist du was? Wo? Ich glaube schon Da bist du, genau, du hältst gerade an Sie ist auch mein? Ja, noch nicht, ich kämpfe gerade gegen Skelett gleich Da müssen wir uns gleich treffen Ich glaube, wir scouten in deine Richtung Es sind auch ganz viele Zombies und sowas hier Ja Ja, Bö, ich glaube, wir sehen uns gleich Okay Mit mir, du Mist Äh, wo bist du denn? Warte mal Ja, gerade warst du noch da Ja, hier Komm mal zurück, zurück, zurück Ich habe hier Eisen So Wenn ich einfach, wenn ich Eisen finde, glaube ich eben zurück, oder was? Das behalte ich schön Ach, da, warte mal, irgendwie war Eisen nehme ich mit Nein Ah Wie gesagt, hier war Ganz viel Loot So ein paar Zombies, Creeper, dies, das, das Okay Aber Ich guck mal jetzt was Ja, ich habe hier, hier unten habe ich Laphis Lazuli gefunden Ja, ich habe Laphis Lazuli auch zu Hause Aber Laphis Lazuli braucht man jetzt mittlerweile Du gräbst jetzt von da aus weiter nach unten Ja Ja, du folgst mir Weil ich habe hier einen Gang gefunden Der noch weiter nach unten geht Automatisch, da musst du nicht nach unten graben Dass du mir gut folgst, hier lang Guck mal was, ey Leuchtest du eigentlich auch aus? Ja Ja, man Wahrsam natürlich Ja Wo ist denn der Gang? Warte Guck mal weiter Okay Guck mal hier, wie viel Kohle hier noch ist Hier hast du überall irgendwelche Sachen hier noch Da ist noch was Äh, wo war das? Jetzt hier lang Warte mal auf dich Gut, hier gibt es nichts Von da oben bin ich gekommen Wir können auch gleich deinen Weg wieder zurückgehen Du weißt ja bestimmt, wo es dann lang geht Hier Guck, hier geht es noch weiter runter Ist noch nicht gewesen Ist noch nicht zu schnell Ah, warte mal, hier ist glaube ich Ende Boah Das ist ja echt Vielleicht geht es noch weiter runter Ja, wusste ich nicht Das ist aber hier schon das Ende Was ist hier? Ja Das ist das Ende Das ist schon Dings? Das ist Ende, ja Ende Oh Wir haben das Ende der Welt erreicht Ja, sauber Hey, unten war nur Dingsböe Unten war ein bisschen was Kohle, genau Ja, weiß nicht So, jetzt habe ich die ganze Hülle, glaube ich, fast leer gelootet Außer da oben ist noch viel Kohle Die snacke ich mir auch noch weg Dann würde ich sagen Gehen wir wieder zurück Und mal gucken, ob wir noch einen anderen Weg Dann nehmen können Boah, wo bist du gerade? Etwas war da oben, habe gerade ein Skelett-Obenstütze platt gemacht Ah, okay Boah, wo ist eigentlich? Weil du sagst gerade mit Diamanten Wir sind doch zu hoch Aber wir sind jetzt doch eigentlich ziemlich Jetzt sind wir in der Höhe, wo wir es machen können Jetzt könnten wir eigentlich Diamanten finden Wenn du nur ordentlich Strip meinst Genau Wo wächst Diamanten? Bei Lava am meisten, ne? Meistens bei Lava, kann man sagen Aber man hat auch Glück Und findet man, wenn man lange Tunnel gräbt Einfach so Lava Sind wir eigentlich mit der Aufnahmezeit schon bald zu Ende wieder? Gleich, ja Mein Gott, du liebe Zuschauer Das ist das Ja, so wird es gemacht, du Alter, nicht immer nur Kämpfen, kämpfen, kämpfen Da gehört auch mal was anderes dazu Genau Hole Hast du doch schon in Genüge Aber davon kann man nie genug haben Ja, stimmt auch wieder Das stimmt auch Weil es braucht für Schmelzen und den Öfen anfeuern und für Fackeln und so weiter und so fort Ja, stimmt Ja, stimmt Gut, dann würde ich aber sagen War es das mit dieser Folge Und wir sehen uns beim nächsten Mal Mit dem Mordi Dem Ingo Vivo Und dem Big Mana Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss